Ein Mädchen in meiner Klasse macht mir alles nach und ich hab sie so richtig verarscht. Bei mir in der Klasse ist ein Mädchen, die mich so gar nicht leiden kann, aber aus irgendeinem Grund macht sie mir alles nach. Ich kauf mir ne rote Lederjacke. Zwei Tage später hat sie auch eine. Ich trag falsche Wimpern zur Schule. Einen Tag später hat sie falsche Wimpern an. Ich hab eine neue Handyhülle geschenkt bekommen und eine Woche später hat sie dieselbe Hülle. Ich weiß nicht mal, wie sie die gefunden hat. Da hab ich dann so richtig gemerkt, dass dieses Mädchen mir obvious sie nachmacht. Also hab ich mir mit meiner Freundin einen Plan ausgedacht. Wir haben uns an einen Tisch vor ihr gesetzt und darüber geredet, dass ich mir die Haare in einer Woche rot färbe. Und dreimal könnt ihr raten, wer wenige Tage später mit dunkelroten Haaren in die Schule kam. Ich hab mir natürlich nicht die Haare gefärbt und das hat sie so sehr gestört, denn eine Woche später waren ihre Haare wieder schwarz. Wenn ihr Storytimes habt, dann schickt sie uns per Instagram.